explodiert oder was ja ich bin von der explosion gestorben ich fand und blöde tourette ja ja wir sind doch schon hier haben muss auch die objekte punkte haben weil ich was geht ab kann okay genau wie allerdings ganz genau so wie der fliegende superkampf wo jeder wie auch immer die heißen so dass man paketen werfeil solchen schlau ein ehrlich wieder aufnahmen ich bin ja eine sekunde jahren spiel ich war genug punkte nein will da so gut am jan gewinnen ja hallo ich darf mal noch mal sehen so eine rakete ins gesicht gewonnen victory rakete durch einen sieg wenn die gleichen wir sind alle paar minuten irgendwie ändern aber was mich mal kurz zurück das spiel ist abgestürzt oder ich bin nicht ganz quicken ja irgendwelchen ja noch mal sehen so annappens kreis an augen und kreis heavy starter kreis ist wohl schon mal in der multi peter okay das heißt tun nicht ins volle spiel übergelagert werden haben wir hier ja ja er kann man mal irgendwas jetzt nicht manche sind vollkommen schiebe multiple small grenades so darunter der match das war auch die kann man kräftigen wenn ich immer zu einsetzen das ding soll ich bekommen okay ja damit man hat hier bekommen manne Okay Andere dingen Sag mal Sold Oh Well, man, that's me and my fears because we have damage to them And now, come with me Nah, that's not so Nah, that's not so Nah, that's not my enemies Nah, that's not my enemies Nah, that's not my enemies Alter Let's try Let's try Let's try Okay, we're going to we're going to and the sector yeah that's not that thing to do but we're 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 now now we're the same abilities yeah nö doch we're 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 all as 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 also ich habe irgendwas hier überlagert in hallo warum brauche ich denn hier ein ort wo irgendwie fünf leute sind es war ganz herrlich ich werde an einen ort gepackt wo fünf leute sind die wagen hat zu verlieren man okay also wie kept schon der fleck mehr oh mein gott der officer bringt es hier überhaupt nicht wir denken nicht mit leute damit ich irgendwie weiß nicht hochwaffen kann mir legen noch eins okay sind die von uns augen mit klauen naja ich habe eigentlich sauber haben wir bekommen eine tägliche ausmerken an diesem kippen abhau vom medium ein spätten ok tut man doch wenn man irgendwie auch die gegnerische dinger ja ja habe ich ja mich definitiv gesehen oder wir sagen gut wir haben die flash granate war eine ganze zeit offizier allerdings kommt es ja auch nicht wo seid ihr alle der typ hat was wir beschützen wir haben so was man nicht getötet er wollte eigentlich da müssen wir in der arbeit das deutschmacht voraus bringt das wo einer wie keller hat sich das war dann so hoffentlich ich bin einfach ich habe mich doch sehen wahrscheinlich können sie so meine umrisse irgendwie sehen oder vielleicht kann nur der einzige ist nämlich tötet wenn ich unsichtbar bin nicht auf mich man meine augen wie man mich wenn ich das mache warum zeigen jetzt bei mir nicht an bin ich auch weise wenn ich beschissen gesehen werden kann ja also wir waren schon sehr weit du schaffst halt ich glaube an dich ich bin ein sniper oh nein wenn ich sowas von seene wobei ein element bekommt an der mensch gas marken enemies in kippinger power medium ich werde dann einfach nur nicht auf den radar gezeigt nehme ich an ja eigentlich auch gar nicht mal nur weiter und irgendwie weil sie schnell irgendwo hinsichtlich ein sniper machen wir schon wieder eins geschafft oder nicht warum nicht ok 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 synchron gesehen war fancy in die richtung man ich beschütze ich hier 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 was geht ha 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 ich bin weg ich bin tot er war gut einfach so einfach so ich muss gehen wir brauchen wir sind so gut ja ok da eigentlich die bei uns schon wieder der warum ja wir sind hallo kurz davor warum schaffen wir das nicht aber mein schubel nicht geschafft ja er kriegt mich nie leben was man angeht so schwer oh mein gott man bin ich gut hey leute was da niro rett den tag wow sind die leute schlecht ey ey ich möchte mal gegen das spiel wieder weil ich krieg einmal das ding dort vom anfang bis ende dahin leute okay hab ich noch eine lootbox dann mach auf das ist so geil ne ok warte mal hier was hat die alle bist du fragen spinger präsentiert die damals oberteilen finden die wicke rät oder körper mal spezialisten ach da habe ich jetzt 2 oder hat und hat schon ein glatter setzen das tempel ist los enemies da sind hat hier eigentlich richtig schon wenn wir die version übrigens geholt ja deluxe edition mal auf mit 10 euro teurer war dafür eine menge dinger gehabt pre-ordert habe ich natürlich wäre besser wenn nicht wäre nicht mal ich bin eigentlich okay ich weiß ja nicht ob die ganzen level oder so die ich hier bekomme ob die irgendwie übergelagern hier in der dingens endspiel ich nehme an das irgendwie offizier jetzt ich kann eine komo machen was nimmt das stühle okay jetzt wo ich weiß wie das spiel funktioniert also dieser spiel muss ich weiß ja wie man objektiv spielt also gerade ich glaube an sich der hat angeschossen nach dingen jetzt erst noch aufgaben ja kommen wir den jetzt schaden machen mein ja ich meine konnten den netzten bisschen schaden machen wenn ich noch kein gegner gesehen sneak attack machen dann direkt getötet mr danni ich hasse es so heiße man kann den namen ändern aber ich habe noch keine variation irgendwie mit dann irgendwie ich habe dann ihre kohlen ausprobiert dann ihre sommer als möglich alles anscheinend besetzt weil ich irgendwie nicht glaube wenn er dann über das wird wahrscheinlich auch schon gut sei aber schon schon erst weil ich ausprobiert habe da sind zwei weniger bei denen erst platziert hat schon doppelt so viele punkte wie unser einspezierte ich bin ja ich bleibe mal mit meinen kollegen gut ist nur da mein rücken wo das ding da hat angeschossen hat über 8 da hinten hin und dann kommt wahrscheinlich mal anders mit stadt hier ok gg jetzt bringen dass wir uns sagen in der publik ja zum sieg musste leider schon und projekte ist der typ jetzt hier schön ist man das imperium die republik meine ich wir haben eine platzierte konnte nicht deployen oder wie das dinge also sehr schild natürlich wieder oben wie kommt da ich nur 20 punkte bisher habe damit kann ich ja gar nichts töten aber muss man ja auch machen typisch muss sowieso immer alles gleichmäßig level bringen ok dann kann man irgendwie mehr sternen karten ausrüsten weil ich glaube ein level 5 kann man eine zweite ausrüsten und so habe ich gerade gelesen irgendwie so was schnapp ich bin hinterher weit hinterher ja 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 nein so ich sehe was jetzt passiert ich in den ganzen mit dahin und schnappt sich merkt so weg aber so also eine gescheuerte zeit hier es ist ja irgendwie alles möglich an videos hier unterlagen konnte ich nie hier so wir sind wir sind